Der Hektik. Einfach mal entfliehen. Zurück zu den Wurzeln. Hinaus in die Natur. Bekanntschaften schließen und Neues entdecken. Die Natur mit allen Sinnen erleben. Keimnisvolle Orte und Wälder. Auf Entdeckungsreise gehen. Frische Luft abenden. Sich einfach mal entspannen. Und mit jedem Schritt neue Kraft tanken. Auge in Auge mit der Schönheit der Natur. Aktiv sein und neue Herausforderungen suchen. Sich nachhaltig stärken und frische erleben. Und das Leben ganz einfach genießen. Echte Ruhe finden. Fernab von den Lichtern der Stadt. Fernab von den Lichtern. 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 Fernab von den Lichtern.